Ja, mir fehlen einfach wirklich die Worte für die heutige Leistung unserer Mannschaft. Es ist wirklich zum Kotzen. Ihr kennt mich, ich haue normal nie so richtig drauf. Aber nach dem Spiel gegen Bremen, diese erste Halbzeit, es fehlen Adjektive wie Arbeitsverweigerung, Schülermannschaft, vor allem defensiv verteidigt. Ja, wie eine Kreisligamannschaft, ich kann es nicht anders sagen. Löchrig hoch 10, Hauptsache wieder 5er-Kette, die wieder nicht funktioniert hat. Also ich weiß gar nicht, wie oft man dieses System noch checken, abchecken will, probieren will. In der Theorie mag es ein System sein, das gut ist. In der Praxis klappt es bei uns einfach nicht. Wieder nicht funktioniert. Beim ersten Tor nur als Beispiel, ich mache hier keine Analyse. Beinu Gittes im 16er, komplett sträflich frei. Jeff fühlt sich nicht verantwortlich, bei ihm zu stehen. Mbappu auch nicht. Ich glaube, normalerweise muss Jeff dahin. Das ist dann einfach auch irgendein Zuteilungsproblem. Ich glaube, mit der Dreieckkette fühlen sich die Jungs einfach hinten auch in Automatismen nicht so wohl. Trotzdem darf er da nicht so frei stehen. Das Gegentor, wo Donny Mahlen, ich glaube, das war das 2-0 Halbfeldflanke auf den langen Pfosten. Wieder so ein Gegentor, wo Petersen nicht den Weg mitgeht mit Mahlen. Wo ist denn die gefährliche Zone da? Petersen muss das als Bundesliga-Verteidiger wissen, dass dieser Raum gefährlich ist. Da muss er den Weg unbedingt abdecken und vollspringend mitverteidigen. Macht er wieder nicht. Ein klassisches Problem langer Pfosten bei uns. Es sind mittlerweile Einstellungsfragen. Die Jungs wirken platt, müde. Ich frage mich von was. Wenn sie wirklich müde sind, platt. Wir haben keine Doppelpolastung. Wir sind seit Runde 1 im DFB-Bokal raus. Wir haben den Klassenerhalt geschafft. Gegen Union Berlin, glaube ich, war das nach dem Sieg. Ich weiß gar nicht, welches Spiel. Auf jeden Fall seitdem das fix ist. Gegen Bremen der Auftritt. Eine absolute Nichtleistung am Traditionsspieltag. Schöner Tag in Augsburg. Jetzt fahren hier 3000 Augsburger mit. Alle in Rot. Total euphorisiert nach Dortmund. Ist kein kurzer Weg. Und bekommen so eine Leistung. Ich habe auch Nachrichten aus dem Stadion bekommen. Die waren auch geschockt. Aufgrund der ersten Halbzeit. Was soll denn das? Also was ist denn los mit den Jungs? In meinen Augen musst du gegen Stuttgart alle, die heute angefangen hat, die man wechseln kann, nicht aufstellen. Und damit meine ich alle. Damit Demirovic, Tietz runter, dafür Bellio und Michel mal vom Beginn an. Da ist irgendwie das Feuer raus bei den Jungs. Ich verstehe es nicht ganz. Alle in der Note 6. Ich bin fassungslos. Und da geht es um Themen wie Bereitschaft. Wir waren überhaupt nicht im Spiel. Ich weiß nicht, ob die Jungs mit dem Trainer sprechen. Wenn sie die Fünferkette nicht mögen, dann sprichst du mit ihm und sagst, wir wollen Viererkette spielen. Weil du hattest vor dem Fünf halt Meier und Breithaupt. Die haben es auch überhaupt nicht geschafft, zusammen mit der Mannschaft da die Lücke zu schließen zwischen Abwehr und Mittelfeld. Total offen. Wir wurden ausgekontert wie eine Schülermannschaft. Und Dortmund hat ja sogar eine schwache Leistung gebracht. In meinen Augen viele Fehler hinten. Die haben mit einer B-C-Elf gespielt. Zehn Spieler wurden gewechselt im Vergleich zum Paris-Spiel. Teilweise junge Spieler. 18-Jährige da im Mittelfeld. Also, und das hätte noch höher ausgehen können. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nächstes Spiel. Ich würde an der Stelle die ganze Mannschaft, wo du wechseln kannst, wechseln. Mert Kümmel hat mir gut gefallen nach der Einwechslung. Lass ihn gegen Stuttgart spielen. Dann sollen die Jungs, die aktuell jetzt nicht auf dem Platz kriegen, die müde sind, ist mir auch egal was, nicht spielen beim letzten Heimspielersaison. Weil das ist in meinen Augen genau das, was du jetzt machen musst. Ein Zeichen setzen. Wenn die keinen Bock mehr haben, keine Lust mehr haben oder nicht mehr diese 120% auf dem Platz kriegen, die es in Augsburg einfach braucht, dann sollen die bei Kölmö spielen. Dann haben wir junge Talenten auf dem Platz. Nennen Lubick mal in den Kasten. Pep BL mal bringen. Mal schauen, was er auf dem Platz kriegt. Der hat sicherlich Bock, nochmal was zu zeigen. Denn, wie gesagt, im Sturm auch mal doppelt, auch mal Demirovic drunter. Der spielt auch nicht gut. Zweite Halbzeit hat er noch was versucht. Aber wo war er in der ersten Halbzeit? Wie viele? Vargas nehme ich hier ein bisschen raus. Das war für mich so der einzigste Lichtblickspieler. Ihr wisst, ich schütze immer die Spieler. Aber das geht so nicht. Da kriegst du als Fans wirklich die Krise. Sind wir jetzt so satt, nachdem wir den Klassenerhalt haben? Die Jungs hatten ja sogar ein Ziel aufgrund gewisser Konstellationen, dass sie um einen Platz 8 kämpfen können. Der für etwas mehr reichen könnte. Aber mit der Leistung muss man überhaupt nicht drüber reden. Da müssen wir gar nicht anfangen, hier über irgendwie größere Ziele zu reden. Da ist das Beste, was uns passieren kann, nächstes Jahr nicht europäisch zu spielen. Und da gehören wir überhaupt nicht hin. Und was halt sehr, sehr schade ist, also mir tut es wie gesagt leid für die Fahrer heute da draußen. Streambar top, mega Unterstützung von den Leuten, irre Spenden reingekommen. Und man hatte ja die letzten Wochen sich sowas Schönes aufgebaut. Und es geht ja gar nicht darum, dass man in Dortmund verliert und gegen Bremen verliert. Aber die Art und Weise, dass man gar nicht in die Zweikämpfe kommt, Laufleistung, Dortmund ist mehr gelaufen als wir in der ersten Halbzeit. Die spielen um nix. Die spielen um nix. Die denken doch nur an Paris. Die sind ja für die Champions League qualifiziert. Die haben sogar im Halbgas in der zweiten Halbzeit die zweite Halbzeit gewonnen. 5 zu 1 geht das aus. Also sogar die zweite Halbzeit haben wir verloren, wo Dortmund im Sparmodus war. Da hatten wir ja noch einige Torschüsse her, weil Dortmund es auch zugelassen hat. Und wir fanden die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gar nicht so schlecht. Als Reaktion zumindest so ein bisschen. Aber sogar die verlierst du dann. Also keine Analyse heute von mir. Ich muss dieses Spiel nicht analysieren. Ich habe einfach gefühlt, diesen Realtalk rauszuhauen. Ich fühle gerade, dass es notwendig ist. Ich hoffe, dass die Spieler es auch sehen und mitbekommen. Ich mag die Jungs unglaublich gern. Die haben uns eine geile Saison beschert bis jetzt. Und verwechseln wir nicht eines. Dass die Saison echt gut ist, wo wir herkommen. Ja, aber darum geht es hier überhaupt nicht in diesem Video. Wir haben den Klassenhalt sehr früh geschafft. Es ist ein Fortschritt zur letzten Saison. Aber wenn man dann so viel gelobt wird und es gut läuft, dann solche Leistungen bringt. Die Fans zahlen immer noch Tickets. Die Fans haben Dauerkarten. Die Fans fahren raus ins Stadion. Und dann so eine Art Einstellungssache, Leistung bringt, die einfach nicht passt. Also irgendwie ein Kopfproblem ist. Müde. Das Wort müde fällt oft. Aber von was sind die denn müde? Von was sollen die Jungs denn müde sein? Oder satt sein? Es war so ein geiles Jahr. Ich dachte, so eine Euphorie trägt dich dann mehr in den Spiel. Du kannst die Spiele verlieren. Nochmal. Aber so nicht. Mit so einer Leistung nicht. Und ich bin richtig stolz, FCA-Fan zu sein. Wir sind leidensfähig. Wir können Spiele verlieren. Aber wenn unsere DNA nicht auf dem Platz erkennbar ist, wie in der ersten Halbzeit und Bremen auch, das wurmt mich extrem. Weil hier geht es immer um eines. Wir haben nicht den besten Kader etc. Einstellung gegen den Ball, Laufwege mitgehen, Tiefen abdecken, hundertmal denselben Fehler jetzt gefühlt. Das ist natürlich übertrieben. Das zweite Tor, wo Mahlen da durchläuft. Klar, allgemein alle zu passiv. Aber da musst du mitgehen. Beim ersten Tor, Beinu Gittens, darf im 16er nicht so komplett freistehen. Wieso steht da keiner? Das sind Einstellungssachen. Das sind Basics im Fußball. Die müssen hier zumindest einigermaßen passen. Und in meinen Augen stimmen die nicht mehr. Warum? Muss man die Mannschaft fragen. Ich glaube, an Jess liegt es nicht. Der stellt die Mannschaft sicherlich mental gut ein. Was man Jess vorwerfen kann, eine Teilschuld, finde ich, an den letzten Spielen. Ich bleibe dabei, die Fünferkette liegt den Spielern nicht. Wenn es so ist und die Spieler sich nicht wohlfühlen, deswegen sollten sie mit dem Trainer reden. Sehr viele haben im Stream schon gesagt, sie fühlen sich überhaupt nicht wohl mit diesem System. Ich habe gesagt, in der Theorie ist es kein schlechtes System. Da gehen alle mit im Augsburg. Eine Dreikette ist kein schlechtes System. Aber die Theorie interessiert kein Schwein. Auch gegen Bremen hat man die Theorie verstanden, warum Jess auf Fünferkette umstellt. Theorie ja. Die Praxis ist das Wichtige. Dieses System funktioniert aktuell nicht. Das hat unter Enno nicht wirklich bei uns funktioniert. Ganz selten mal. Und auch unter Jess funktioniert nicht. Ein klarer Beweis wie heute, finde ich, kann man nicht haben. Wir waren in keinem Spiel so löchrig. Die Konterabsicherung war bodenlos schlecht. Wir haben ein Konter nach dem Konter gekriegt. Kein Zugriff. Und es liegt auch am System. Auch an der Einstellung, aber auch an diesem System. Bin ich überzeugt. Und ich habe das Gefühl, dass die Spieler sich da einfach nicht wohlfühlen. Also, viele Fragen, Leute. Schreibt mir unbedingt eure Kommentare jetzt hier rein. Ich hoffe, was heißt ich will, ich erhoffe mir. Ihr supportet eh den Kanal so in unserem Verein. Ich weiß das. Schreibt viel rein, damit es auch an die Mannschaft ankommt. Ich habe immer die Hoffnung, dass es hier vereinzelt Leute auch sehen. Ich weiß, der Kanal wird ja auch registriert mittlerweile im Verein. Das wisst ihr. Schreibt fleißig eure Meinung. Seid respektvoll. Wir reden hier über den Sport, nicht um den Menschen. Aber irgendwas stimmt bei den Jungs nicht. Ich bin ein Riesenfan dieses Kader und mag hier sehr viele Jungs auch sehr zum Schätzen gelernt. Eigentlich auch Mentalitätsmonster im Kader, die wir haben. Einige Spieler. Aber irgendwas passt nicht. Irgendwas passt nicht. Und das müssen die Jungs unbedingt mit dem Trainer klären. Schade, weil man eine sehr, sehr schöne Phase sich kaputt macht mit Einstellungs- und Basics-Themen. Weil darauf reagiert man halt in Augsburg dann doch auch nicht so positiv. Kann man auch nicht. Man hat wirklich von außen das Gefühl, die Jungs sind entweder platt oder wollen nicht mehr. Und dann sage ich, gegen Stuttgart richtig krass durchrotieren. Überall, wo es eine Möglichkeit gibt, zu rotieren, würde ich machen. Dann ist es so. Und dann haben wir wenigstens gegen Stuttgart im letzten Heimspiel Jungs, die zu 1000% Bock haben, dagegen zu halten. Weil da musst du dagegen halten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich bin echt sprachlos. Ihr wisst, ich hau ganz selten drauf. Das ist für meine Verhältnisse schon völlig hart. Ich mache das hier absolut nicht gern. Jeder, der mich kennt. Aber ich bin wirklich angefressen. Danke für alles, Leute. Wirklich wie in der Schülermannschaft in der ersten Halbzeit. Ciao, ciao. Ehi, ey, 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 ey. Ehi, ey, ey. Oh,iyo, soll sich das nicht ganz schön. Ehi, ey.